So, schönen guten Morgen zum Start in eine neue Handelswoche. Ich hoffe, Sie hatten ein wirklich schönes Wochenende. Mainz war wirklich sehr angenehm, Wetter war ja auch toll. Und wir schauen jetzt erstmal nach Frankfurt, ob uns denn da die Börsen ebenfalls wohl gesonnen sind. Die Franzi Schimke natürlich heute Morgen auch sehr gut aufgelegt. Ich habe dich ja am Wochenende gestalkt über WhatsApp, über dein Profil. Ich habe ja gesehen, dass du schön ausreiten warst. Tja, so kann die Woche dann ruhig beginnen, oder? Ja, wobei, das war ja am Samstag. Heute ist ja Wochenstart. Heute war ich noch nicht ausreiten. Aber in der Tat, es war Samstag morgens um sechs. Ich war das ganze Wochenende auf einem Turnier als Helfer. Das war Bombe bei dem Wetter. Tolle Kulisse, hat wirklich Spaß gemacht. Aber um ehrlich zu sein, heute hätte ich noch ein bisschen schlafen können. Aber dem ist nicht so. Und von daher starten wir mit viel Elan in diese neue Woche. Und was sehen wir da? Rote Vorgaben für den deutschen Leitindex. In Japan, Feiertag, da bleibt die Börse geschlossen. Aber Hang Seng und Shanghai Composite im negativen Bereich. Und der Hang Seng sogar anderthalb Prozent schwächer unterwegs. Auch beim Dow Jones haben wir am Freitag letztlich Verluste gesehen. Dass man sich dann nicht einig wird, was das Corona-Hilfspaket angeht. Das ist ein Störfaktor. Ein Störfaktor aber auch die wieder aufgeflammten Sorgen rund um das Thema Handelskonflikt USA-China. Und somit der Dow am Ende 0,9 Prozent im Minus. Und wir hatten so einen guten Wochenstart beim Dow in der Vorwoche. Da hat es ja Übernahmen und Fusion für ordentlich gute Stimmung gesorgt. Somit war man eigentlich frohen Mutes, dass es eine positive Wochenbilanz für den Dow geben würde. Dem war dann aber letztlich nicht so hauchdünn. Mit 0,03 Prozent im Minus hat der Dow sich auf Wochensicht gesehen verabschiedet. Ein deutlicheres Minus auf Wochensicht gesehen beim DAX. 0,7 Prozent ging es da nach unten. Ebenfalls 0,7 Prozent am Freitag. Da waren wir ja lange in einem Schlingerkurs unterwegs. Am Ende dann aber doch eben Verluste. Aber die 13.100-Punkte-Marke, die konnten wir noch mit ins Wochenende nehmen. Heute zum Wochenauftakt rechnen wir aber, dass wir unter dieser Marke erst einmal starten. Und die Experten sagen hier ganz klar, es fehlen aktuell die ganz klaren Impulse, um dieses Niveau einfach weiter, das hohe Niveau beim Deutschen Leitindex, weiter zu verteidigen. Und somit jetzt doch erst einmal der Versuch wieder so ein bisschen nach unten innerhalb der Woche. Konjunkturdaten im Fokus. Aber wir haben natürlich auch diese ganzen politischen Geschehnisse. Und auch die dürften den Markt prägen. Na dann schauen wir mal, was die Anleger heute und natürlich im Rest der Woche dann noch für uns parat haben. Dir schönen Dank und schönen Tag nach Frankfurt. Und wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen die, ja, Gemengelager an. Also Dow Jones, das ist jetzt weniger schön gewesen, was wir hier gesehen haben. Vor allen Dingen die Verluste, die im Tech-Sektor wieder aufgelaufen sind. Also letztendlich diese Erholungsbewegung, die wir gesehen haben, die ist schon wieder verpufft. Und wenn Sie sich beispielsweise den Nesteck 100-Index anschauen, ist ja der Nesteck Composite, der hier dargestellt wird. Wenn Sie sich den Nesteck 100-Index anschauen und die technische Verfassung anschauen, dann werden Sie sehen, es sieht nach weiteren Verlusten aus. Wir haben 11 Prozent vom Hoch, dann Anfang September war das hoch erreicht worden. Dann gab es ja diese Korrekturbewegung, ist der Markt nach unten gelaufen. Dann hat sich der Nesteck 100 versucht, da unten irgendwo letztendlich einen Boden zu bauen und das hat am Freitag eben nicht mehr geklappt. Das hatte sich bereits am Donnerstag angekündigt, das hat am Freitag dann nicht mehr geklappt. Und deshalb sind die Märkte da dann weiter nach unten gefallen. Also durchaus auch jetzt eine technische Komponente, die dafür sorgt, dass es hier nach unten geht. Die Kollegin hat es gerade gesagt, Japan feiert letztendlich einen Feiertag und China, die nehmen eigentlich nur die Vorgaben von Freitag aus den USA mit. Schauen wir uns mal die ersten Charts an, die wir mit dabei haben. Der Goldpreis Jerome Powell, der amerikanische Notenbankchef, wird ja in der laufenden Woche die eine oder andere Veranstaltung abhalten, wird sich nochmal äußern. Das hat dann natürlich viel mit der Geldpolitik zu tun, seiner Einschätzung bzw. die Einschätzung der Notenbank, wie es innerhalb der Corona-Krise jetzt weitergehen könnte. Es wird eigentlich keine großen Überraschungen geben können. Das, was wir hören wollten, haben wir bereits gehört. Das Inflationsziel ist nicht mehr in Stein gemeißelt. Er ist jetzt bereit, durchaus höhere Inflation in Kauf zu nehmen, um dann irgendwann dieses angepeilte Ziel von zwei Prozent erreichen zu können. Sie werden auch weiterhin Geld in den Markt pumpen, viele Milliarden Dollar pro Monat. Also von daher keine großen Überraschungen zu erwarten und dann schauen wir mal, ob der Goldpreis, ob das jetzt ausreicht, um den Goldpreis dann wirklich wieder über die 2.000 Dollar Marke je fein uns drüber zu heben. Apple ist natürlich der Posterboy eines sich verschärfenden oder der Posterboy, wenn es darum geht, einen Sündenbock für den Handelskrieg oder einen Verlierer im Handelskrieg zu suchen. Die meisten Fertigungskapazitäten unterhält Apple nun mal in China und wenn es da zu irgendwelchen Vergeltungsmaßnahmen seitens der Chinesen kommen sollte, dann würde natürlich hier die Lieferkette in Stocken geraten. Und das würde sich natürlich dann auch in einem Konzern, in dem ja alles auf maximale Effizienz getrimmt ist, würde das natürlich zu Problemen beim Verkauf und dann letztendlich auch zu Spuren in der Bilanz führen. Also von daher durchaus nachvollziehbar, dass Apple momentan ein bisschen schwächer ist. Vom Hoch von 134 sind wir jetzt doch schon gut 20, 22 Prozent nach unten gelaufen. Interessant, dass wir am Freitag die 50-Tage-Linie, die etwa so hier läuft, ebenfalls durchbrochen haben. 50-Tage-Linie, das ist dann auch wieder nur ein technischer Indikator, der Ihnen zeigt, aha, es gibt unter Umständen von der Chart-Technik weiteren Druck. Und das lastet letztendlich auf der Aktie. Wir sind unter dieses Verlaufs, also unter dieses kleine Tief hier drunter gefallen. Ebenfalls nicht so schön. Und jetzt haben wir natürlich noch genügend Platz in Richtung der 200-Tage-Linie. Das kommt also am Ende darauf an. Finden Amerikaner und Chinesen, wie da irgendwie ein Draht zueinander verhandelt wird, ja, dann könnte sich das hier relativ schnell auch wieder beruhigen. Bei Amazon sind wir sogar durch die 100, nein, wir testen jetzt gerade die 100-Tage-Linie. Also wenn Sie sich das so grafisch vorstellen, dann haben Sie hier irgendwo die 50-Tage-Linie, hier auf dem aktuellen Niveau ist die 100-Tage-Linie, da ist die 200-Tage-Linie. Das sind dann immer solche Punkte, wo die Anleger draufschauen und sagen, ach, haben wir geknackt. Eigentlich wieder nur eine Bestätigung dafür, dass es weiter nach unten geht. 20 Prozent hat die Aktie mittlerweile verloren, das ist schon relativ deutlich. Der Nachrichtenfluss positiv. Bei Amazon war der ja in den vergangenen Monaten, eigentlich muss man ja sagen, in den vergangenen Jahren positiv angetrieben. Das Ganze natürlich unter anderem vom Cloud-Geschäft. Dollar General, weshalb habe ich das dabei? Das ist eine Supermarktkette. Also eigentlich ist es ein Discounter. Und schauen Sie sich die Aktie an, die läuft nämlich auf Rekordhoch. Und ich hatte am Freitag mich schon dazu geäußert auf der Aktionär.de, also unserer Online-Seite. Ich hatte ja dankenswerterweise die Spätschicht und da habe ich mir angeschaut, Mensch, welche Aktien laufen denn momentan eigentlich in dem Umfeld? Und da ist mir Dollar General ganz einfach aufgefallen. Ein Discounter und natürlich der Rückschluss, wenn es der Wirtschaft in den USA schlechter geht. Wenn die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, beziehungsweise wenn sie eine weniger optimistische Haltung für die Zukunft haben, dann halten die dann irgendwann ihr Geld zusammen und kaufen natürlich verstärkt bei den Discountern. Und Dollar General ist einer der größten und die haben schon zuletzt klasse Zahlen gemeldet. Das heißt, die Leute strömen in die Läden rein und nutzen die Rabatte, die angeboten werden. Und das ist auf der einen Seite ein Fingerzeig natürlich in Richtung, was wir noch zu erwarten haben, konjunkturell. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das passt momentan ganz einfach in die Zeit. Für das Unternehmen sehr gut, ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, das KGV lag bei 20, knapp drüber alles im grünen Bereich. John Deere, das ist wiederum eine Aktie, von der man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Denn prinzipiell müsste man ja meinen, aha, Welthandel, der schwächt sich ab. Deere verkauft weniger Maschinen, dann natürlich das Problem mit China. Aber die Überlegung ist hier ganz einfach, dass die Subventionen für den amerikanischen Agrarsektor dazu führen werden, dass viele Landwirte ihre Maschinen letztendlich wieder aufrüsten. Und das, was letztendlich an Wartungsleistung gemacht werden muss oder vorgenommen werden muss, dass das auch durchgeführt wird, jetzt, wo die amerikanische Regierung relativ spendabel mit ihren Geldern umgeht. Also auch eine Aktie, die hier auf Rekordhoch notiert. Defensive Werte, das ist durchaus momentan nachvollziehbar. Den DAX können wir überspringen. United Internet mit einer Gewinnwarnung. Die Tochter 1&1 hat nämlich für ihr Mobilfunkgeschäft, das sie ja nicht selbst, sie hat ja kein eigenes Netz, sie läuft ja huckepack bei Telefonica mit und Telefonica Deutschland hat ihnen jetzt eine Rechnung präsentiert. Sie wollen nämlich einfach sehr viel mehr Geld haben für die Bereitstellung ihrer Dienste. Das führt dazu, dass es bei United Internet zu einer Gewinnwarnung kommt. Die Aktie heute Morgen sicherlich unter Druck. Shop-Apotheke, die sind in den MDAX aufgestiegen, also eine Indexveränderung einer aus unserer Sicht größten Gewinner der Corona-Pandemie. Ist ganz klar, wenn sie nicht mehr rausgehen können, das war ja während dem Lockdown, viele Leute sind dann umgestiegen und haben gesagt, okay, ich will keinen Kontakt mit anderen haben. Oder es haben halt einfach die Möglichkeiten auch gefehlt und die sind halt ganz einfach dann zu dieser Online-Apotheke ausgewichen, haben dort ihre Sachen letztendlich bestellt. Dürfte auch in dem Maße weitergehen. Zalando in der vergangenen Woche 7 Prozent, über 7 Prozent hat die Aktie zugelegt. Die Story, Plattform, E-Commerce, Corona-Pandemie, das läuft momentan weiter. Und natürlich die Idee, dass all das, was sich verändert hat in unserem alltäglichen Verhalten, dass das teilweise zumindest auch in der Zukunft fortgeschrieben werden wird letztendlich. Und dass das Unternehmen hier weiter ganz einfach, also Zalando letztendlich weiter mit vorne dabei ist. Sie haben sich in den letzten Jahren toll gegen Amazon durchgesetzt. Sie können auch bei Amazon Klamotten kaufen, aber es geht wirklich nirgendwo so einfach und von der Auswahl her so groß wie bei Zalando. Grenke, tja, die Vorwürfe des Short-Sellers, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Das Unternehmen hat sich mittlerweile doch sehr deutlich geäußert, auch sehr umfassend zu den Vorwürfen geäußert. Und hat vor allen Dingen eine Sonderprüfung letztendlich beantragt. Und das haben die Anleger nicht so gut aufgenommen. Keine Ahnung, weshalb nicht? Weil die Sonderprüfung wird letztendlich natürlich Klarheit verschaffen den Anlegern, ob es hier tatsächlich zu Manipulationen gekommen ist. Es gab ja Betrugsverwürfe, ob das alles stimmt oder ob da tatsächlich ein Short-Seller nur sein böses Spiel treibt. Der Short-Seller hat natürlich in dem Fall eben den Vorteil, dass er schon bei Wirecard aktiv war. Das merken sich die Anleger. Insgesamt diese ganze Causa Wirecard steckt uns allen noch in den Knochen. Und da ist es natürlich durchaus nachvollziehbar, diese heftige Reaktion, wenn es nur einen Vorwurf gibt, dass jeder sagt, oh Gott, da ist ja nächster Fall und dann gehe ich einfach besser raus, bevor das hier ebenfalls in den Pennystock-Bereich fällt. Um Gottes Willen, das soll keine Prognose sein. Man weiß es nicht. Jetzt warten wir ab, bis KPNG seine Sonderprüfung abgeschlossen hat und was dabei letztendlich rauskommt. Aber es gibt auch bei Short-Sellern durchaus Fälle, Ströer, denken Sie an Ströer, da ist das alles verpufft. Auch da gab es Vorwürfe, wurden aus der Welt geräumt. Aber der Einbruch und natürlich damit verbunden die Kursverluste für die Anleger sind tatsächlich dann durchaus real. So, jetzt warten wir mal ab, was der Tag uns bringt, eigentlich was die Woche uns bringt, weil der Tag dürfte vermutlich etwas schwächer beginnen. Wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr, dann mit der US-Vorbörse. Bis dahin, gute Zeit und gute Kurse. Tschüss. 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 Tschüss.